Ihr wundervollen Mitmenschen, liebste Community, herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Folge von Arxweibel. Sendet mal uns auf dem Kanal! Und wir müssen Agis suchen, hat sie jetzt gesagt. Wir sollen Agis suchen. Ich hab gesagt, blauer Agi immer noch. Blauer Agi immer noch. Da würde ich sagen, fliegen wir mal rüber zu diesem Felsen dort. Ja, genau, die Richtung ist schon mal okay. Das ist schon mal ein hässlicher. Wie spät haben wir es denn? 13.15 Uhr. Also vielleicht kriegen wir auch die Nacht noch rein heute. Genau, weil jeden Abend kommt ja jetzt der... Rappi Klaus. Rappi Klaus, genau. Und da wollen wir natürlich... Wir werden weiter Mistelzweige und diese Kohle sammeln. Müssen. Damit wir auf jeden Fall, damit ich auch noch meine Kleidung kriege. Ja, reichlich davon. Und wir auch unser Haus noch ein bisschen schmücken können und so. Hier unten ist noch ein... Oh, blauer Rappi. Blauer Rappi? Oh, der hat auch Babys. Der hat ja ein blaues Baby-Rappi dabei. Ein grünes ist dabei. Warte mal. Die sind so klein, die Viecher. Blauer Rappi? Nee, die hacken da hinten. Ich muss mal kurz was essen. Die hacken da? Was hacken die? Oh Gott, das ist eine ganze Meute. Auch das arme Pferdchen. Ach nö, der ist nicht schön. Oh ja, aber der kleine Blaue hier, der ist ja mal ganz blau, ne? Das Baby? Ja. Wo siehst du den? Der rennt da hinten. Hat der schon seine Mama verloren, zufällig? Ja, ich glaube schon. Behalt die mal im Blick, bitte. Ja, 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 ja. Ich behalte im Blick, ich behalte im Blick, ich behalte im Blick. So, jetzt müsste Mama frei sein. Ich habe seine Eltern... Das darfst du ja bei YouTube gar nicht so laut sagen, ne? Was bist denn du? Ach da. Ja, ich muss es genehmigen, Leute. Es tut mir leid, ich kann nicht mal schimpfen. Aber... Was bist denn du für ein bunter Ho... Aber das... Der stand direkt daneben. Das war ja... Das ist ein Weihnachts... Ja. Na gut. Ausnahmsweise, Leute. Weil Weihnachten ist. Also für euch... Aber den kleinen Blauen siehst du schon auch, ne? Ja, den sehe ich auch, aber mein... Äh... Ich würde gern... Verdammt. Kannst du mal... Der folgt dir jetzt, ne? Okay. Raubvogel. Ich sehe ihn nett. Raubvogel. Warte, ich muss einen einsamen... Nein, nein, den habe ich nicht genannt. So heißt der. Ach so, das ist die Übersetzung. Ja, ja, ja. Wir müssen den... Oh, der ist kurz vorm Tod. Ja. Wir müssen den einsaugen, dass wir den dann gleich in die Heilstation packen können. Es ist nämlich so, dass ich eigentlich... Also gerade wenn wir so großes Gelände haben, wie jetzt bei uns auch... Habe ich eigentlich immer ein Tier, mit dem ich durch die Gegend reite, weil es halt einfach zu lang ist zum Laufen. Ja, ist richtig, ja. Und da hätte ich halt gern so einen blauen Rappi jetzt gehabt und das wird dann wohl der her werden. Ja, auf jeden Fall. Der wird dann auch nur auf Geschwindigkeit und auf Gewicht gelevelt von mir, damit ich halt meine Sachen mitnehmen kann und schnell von A nach B komme. Da wird die ganze Zeit hin und her geflitzt in der Basis. Ja, ja. Also wir können auch mal Richtung Schneegebiet, da gibt es auch noch einen Haufen Agis und auch Greife. Vielleicht gibt es einen bunten Greif. Oh, blauen Greif. Einen blauen Greif. Ja, blau ist tatsächlich überhaupt gar keine Eventfarbe gerade, also sondern... Nee. Also wenn dann eher so dieses hellblaue Türkis ist im Augenblick mit der Farbe. Dunkelblau leider nicht. Ich hatte mir ja von dem Thanksgiving ein bisschen mehr erwartet. Und da wäre eigentlich dunkelblau mit drin gewesen, aber ich habe leider kaum nichts gefunden. Leider war nichts dabei. Also so viel Metall auf dem Berg, das ist ja gigantisch. Also ich habe hier irgendwas gesehen. Was war denn das? Was steht denn hier rum? Schweinchen steht hier rum. Einsam und allein. Warum? Dunkles Schweinchen. Was ist denn die Farbe dunkel? Ist so braun-schwarz irgendwas? Es ist schon angespitzt. Schwein? Ja, ja. Das hat mich gerade angegrunzt. Und tschüss, Schwein. Tschö, tschö, tschö. Achso, jetzt wollte ich gerade gucken, welche Farbe es hat. Naja. Ja, es ist noch unten, also. Naja, so grau, braun, schwarz, irgendwas. Kino. Na, ist egal. Komm. Ich habe ein Agi. Oh, hier. Oh. Oh, 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 oh. Türkis-Schwarzer Agi. Oh, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Und wir haben einen grünen. Grün-roten, einen ganz grünen. Oh, so viele Farben, Leute. Siehst du die Farben? Boah, der sieht ja fies aus. Der türkis-gelbe da. Also den braunen. Ich mache mal den braunen hier weg. Der könnte mal. Mache mal den braunen weg. Oh, türkis-grün. Türkis-grün ist schon fies, gell? Aber sehr schön. Also den würde ich auf jeden Fall gerne mitnehmen. Es beißt zumindest ganz schön in den Augen. Da kommt ein Mammut da hinten mit grünen Stoßchen. Vielleicht verlierst du mich dann nicht mehr. Ich verliere dich immer hier in dem Spiel. Du fliegst ja immer sonst wohin. Der grün-graue hier schaut auch nicht schlecht aus, aber... Ich weiß nicht. Habe ich denn jetzt schon wieder mein Fernglas hin gebacken? So, pass mal auf. Da gucken wir mal nach. Der grüne hat 405. Der hinter mir? Ja. Der jetzt so nervig hinter mir fliegt. Der mit den roten Füßen. Der Weihnachts-Adi. Naja. Aber der andere... Der ist schon weg. Der ist hier unten irgendwo gewesen. Oh, Schwein. Hallo, Schwein. Ich könnte natürlich so eine dicke 10-Box bauen. Und dann könnte man ja quasi... Dann könntest du den quasi einfangen. Was warst du denn da drüben noch? Was ist denn da los? Ich hab... Na, solange ich kein Ding-Ding-Ding höre, ist alles gut. Nee, nee. Das waren drei Schweine und ein Wolf. Drei Schweinchen und ein Wolf. Aber es war kein Schönes dabei. Jetzt neu auf DVD. Oder auf VHS. Wahrscheinlich eher auf VHS. Wir sind so alt. Wir kennen doch VHS. Genau. Ja, was machen wir jetzt mit deinem alten Agi da. Ja, ich mich ärgert es, dass der andere nicht mehr da ist. Der sah eigentlich auch hübsch aus. Hier kann man nicht lang. Der muss aber auch noch irgendwo. Vielleicht rennt er irgendwo am Boden rum. Aber der ist schon zu fies, oder? Die Farbe. Der sah schon echt gemein aus, ja. Das beißt schon ein bisschen. Da hinten ist einer, oder man? Nee, der kämpft gegen so ein... Ach, hier ist er. Ja, ja, das ist schon der. Ja, das passt schon. Das ist schon der, der 405. Wo ist das? Nein, das ist der grünen Türkise hier. Direkt vor mir. Ja, ja, ich sehe schon. Ach, 54. Nee, der ist zu klein. Ja, aber das... Siehst du? Der andere stapft gerade unten am Boden rum. Aber der... Ja, aber 54. Wobei der schon echt hübsch ist. 54. Wir können ja noch woanders hinfliegen. Also hier gibt es noch genügend. Ja, ich glaube, wir gehen mal woanders hin. Ich würde immer noch vorschlagen Richtung Eisgebiet, ne? Ja, dann flieg voraus, bitte. Ich bin viel zu schnell für dich. Wo ist denn hier? Hier ist doch schon Eisgebiet. Ich wollte gerade sagen, wo ist das Eisgebiet? Hier ist es doch. Da hinten gibt es was. Was rennt denn da runter? Wie gestört vom Berg? Was ist du denn, Kleines? Was ist das denn? Ach, Schweinchen. Ein Weihnachtsschwein. Ein Weihnachtsschwein. Ein Weihnachtsredon. Mit rotem Bauch. Ja, rotes Bauch. Aber hier war noch was Buntes runtergeflogen. Kommt doch ein normales Schwein hinterher. Ne, ich sehe es jetzt leider nicht mehr. Ich dachte, das ist ein Rabe. Der ändert seine Farbe ständig. Auch lustig. Ja. Dann komme ich mal zu dich, gefliegt. Komm zu dich, gefliegt. Wölfe. Ein Weihnachtsnashorn. Das sieht ja fies aus. Das ist auch ein Weihnachtswolf. Ja, ich habe schon gesehen. Das ist ja besiedelt von seinen Kumpels. Der hat ja die ganze Familie zu Gast. Ja, aber das ist auch grün-rot. Finde ich halt schon echt furchtbar eigentlich. Es schmerzt schon ein bisschen in den Augen. Auf jeden Fall. Ja, ich muss sowieso Perlen holen. Dann lass uns doch hier gleich mal am Rand ein bisschen rumtingeln. Richtung, äh, danach links weiter. Äh, vielleicht sehe ich... Oh, der Eugier. Rot, pink, grau. Älter Schwede. Rot, pink und grau. Aber dann hier unten rum. Da gibt es doch auch bestimmt hier... Die... Dessen Name mir nie einfällt. Wie heißt der? Was ist denn das? Juti. Nee. Anonomolusus. Nee, die heißen doch anders. Das heißt ich nicht. Anonomolusus. Anonomolusus heißen die doch nicht. Nee, die haben schon wieder irgendwelche Übersetzungsschwierigkeiten bei Wildcard anscheinend. Ankylosaurus. Ankylosaurus, richtig. Der heißt jetzt Anomolusus. Anonomolusus. Oh, hier ist noch eine Note. Wenn du Interesse hast, hier ist eine Note. Ja, warte mal. Eine. Muss ich hier persönlich kommen, ja? So, wo bist du denn? Ähm, es steht was Chinesisches. Ja, siehst du mein... Links? Wo bist du denn? Ach ja, nein. Heißt du mich? Ja. Ja, ja. Sehr gut. Ich warte hier. Das wäre nett. Ich warte immer. Immer warte ich. Die großen Möwen da hinten. Wir haben uns nämlich überlegt, dieser Ichdi, den wir in der Basis stehen haben, da habe ich versucht einen Sattel zu bauen, aber der ist viel zu klein, weil es ein Schultertier ist. Aber der hat ja noch große Brüder da. Der hat ja größere Geschwisterchen, ja. Genau, und mit denen kann man dann ein bisschen rumfliegen. Ziemlich Early-Game sogar. Aber das soll jetzt nicht unser Ding sein, denn wir suchen Erlen und du suchst Agis. Oh, ist denn hier ein Alpha Megalodon? Ja. Wir werden bald ins Wasser müssen. Da kommen wir gar nicht rundherum. Was ist denn hier los? Leute, nicht so aggressiv. Aber die Jutis haben wirklich einen Knall, ne? Jetzt bist du gleich. Bist du schon? Nee. Ich bin was? Verwirrt. Aber den roten Wolf, den hätte ich gern. Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Wie könnte man? Ich habe keine 10-Box dabei. Es tut mir leid. Na, der rennt ja nicht weg. Ja, 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 ja. Wir merken uns mal die Position. Warte mal. Das können wir ja machen. Warte mal. Wir machen... Wo ist er denn, der Rote? Was mache ich denn hier die ganze Zeit? Also der Rote war definitiv jetzt nicht dabei, als ich die alle zusammengehabt habe. Ist der vorher schon plattgegangen? Der ist vermutlich vorher schon plattgegangen, ja. Aber jetzt ist er nämlich weg. Ja. Ja, der ist weg, ja. Tut mir leid, ich suche Perlen, ja? Du suchst irgendwas anderes und ich suche ein paar Perlen, Leute. Es ist gar nicht so einfach, hier Perlen zu finden, weil die nicht zu entdecken sind. Ich hole mal ein bisschen Fleisch in der Zwischenzeit. Ja, mach das. Und das? Möven. Möpfen. Nee, da muss ich mal woanders hinfliegen. Eine türkise Möwe. Oh, hier. Hallo, Family. Ihr seid ja auch gar nicht hübsch. Ein paar Perlen nur für mich. Oh, ein türkis-weißer Agi. Ja, sowas suche ich. Oder grau. Nee, das ist grau. 378. Ui, 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 ui. Aber der hat ein bisschen zu wenig türkis drin, nach meinem Geschmack. Hm. Ja, wo fand ich denn jetzt nochmal die Perlen? Sag mal. Ihr kleinen Perlen, wo seid ihr? Wo habt ihr euch versteckt? Nein, hier hinten gab es definitiv welche, das weiß ich. Oder ist hell hier? Ich brauche auch Polymer, ne? Da müsste ich schon wieder eine ganze Familie ausrotten. Da haben wir Perlen. Bitteschön. 66 Perlen, da geht der Spaß erst los. Weißt du, dann nehmen wir auch noch ein bisschen Öl mit, wenn wir hier einfach rumtingeln. Hier oben ist es so, so diesig und lichtig. Diesig, lichtig. Ja. Dann komm doch runter. Wenn es zu diesig ist. Bildo sieht aus, der arme Baldo sieht aus wie ein zerropftes Huhn. Naja, du hast wahrscheinlich auf Leben gelevelt, oder? Jaja. Schon, schon. Übrigens, wenn man die Hirsche zähmt, kann man den in Rentierkostüm überwerfen. Machen wir auch noch. Machen wir auch noch, natürlich. Machen wir auch noch. Dann haben wir ein Rentier. Ja. Mit Perlen. Wo klärt denn da jemand? Die brauche ich tatsächlich ganz viel aktuell, um Elektronik herzustellen. Für die 10 Boxen. Ich sag's. Genau, die muss man allerdings nur einmal bauen und die kann man dann einmal wieder verwenden. Also, das ist nichts, was dann irgendwie... Ui. Noch ein paar Perlen für mich in meinen Bauch. Und Opsi. Was haben wir hier Schönes drin? Wieso gibt's denn jetzt so viele Sabathusen hier? Und... Die Schuhe nehmen wir auch mit. Den Ofen brauchen wir nicht. Das Narkosemittel nehmen wir mit. Und Opsi nehmen wir auch hier. Das ist... Den Rest können wir hier... Oh, was ist das? Kranosattelnguter. Interessante Tropselsisse. Tropselsisse? Kann ich nur so bestätigen. Da holt ich noch ein bisschen Öl ab. Das Teil haben wir noch genug. Sind die eigentlich drin? Oh, noch mehr Öl. Schreit einer ganz böse. Also, seit mein Baby Blue das Zeitliche gesegnet hat, finde ich keine blauen Augis mehr. Das ist echt unglaublich. Ja, das ist immer das Komische. Wenn man irgendein Tier hat, auf das man sich gefreut hat und so, und das stirbt dann, dann kriegt's das nie wieder. Ja. Was haben wir denn hier? Ein Weihnachts-Youti? Oh ja, so ist das auch cool. Ja, aber das ist ja hier zu gefährlich. Also, ich hätt türkises Kibbel dabei, so ist es nicht. Ja, ja, aber ich hab keine Box dabei. Aber ich würd mir gerne die Perlen holen. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal her. Lasst mich bitte in Ruhe. Ich möcht nur die Perlen. Mehr will ich nicht. Und schon bin ich gleich wieder weg. Moment. Öl nehm ich auch noch mit. Hier gibt's wirklich viel Öl. Mächtig, gewaltig. Die Schweine sind wieder extrem aggressiv unterwegs heute. Was bist du denn? Oh, ne Katze. Hier ist noch ne Katze. Oh, ne normale Katze. Ja, ne, das ist ne Regenbogenkatze, aber... Katze ist Katze, ne? Wenn mich das Schwein in Ruhe lässt. Das Schwein ist nämlich ganz schön. Hier ist ein... Öl? Hier ist ein Öl? Einen Helfer vom Weihnachtsmann hab ich grad getötet. Was für ein Helfer vom Weihnachtsmann? Naja, du kennst doch diese Affenmenschen. Ja. Und der hatte ne Weihnachtsmütze auf. Ach, guck. Und dann kam auch... Ich hab irgendwie den Helfer vom Weihnachtsmann gerade... Hm. Äh. Die kann ich nicht zählen. Guck mal rein. Die eine Katze... Hallo Katze? Ich hab jetzt ne kaputte Nikolausmütze. Ach, der hatte 15 Mistelzweige und 15... 15 Kohle dabei, ja. Ich glaub, die Katze flippt grad völlig aus, ja. Ne, die Katze krieg ich leider nicht. Ja, dann streng dich mal an. Ne, die ist ja abgehauen. Aber hast du gehört, was ich gesagt hab? Also wenn du... Es gibt anscheinend hier Tiere, die haben Weihnachtsmützchen auf. Und da waren jetzt 15 Mistelzweige und 15 Kohle drin. Was? So viel? Beim Helfer. Ja. Und die erkennt man in... Die haben Weihnachtsmützchen auf, oder was? Ja. Also der hatte jetzt eine auch. Ich bin selber erschrocken. Ich hab auch die kaputte Weihnachtsmütze hab ich jetzt in meinem Inventar auch drin. Ein Türkis-Lilaner Argi. Oh, das ist auch hübsch. Das ist auch hübsch. Der hat Level 35. Also das ist doch echt unglaublich, oder? Ja, ja. Argi hasst einen. Manchmal hasst Argi einen. Das ist einfach so. Mit der jetzt so 6, 700 gehabt oder so, das wär geil gewesen. Aber nö. Naja, ich überleg gerade, ob wir den trotzdem nehmen und ihn einfach paaren lassen mit einem Hohn. Ja, aber mit was für einem Hohn? Du brauchst ja mindestens auch wieder einen Türkisen, ne? Sag ich jetzt mal. Schon. Schon, schon. Auch der ist ja hübsch hier. Ich komm mal zu dir. Dauert ein bisschen, weil du bist ja am A der Welt gelandet. Wie spät haben wir es denn? 17.05 Uhr. 17.05 Uhr. Da schaffen wir vielleicht in dieser Folge noch ein paar Weihnachtsgeschenke. Warte mal, was bist denn du für ein Dill? Die Steine hat es immer noch nicht hingekriegt. Mehl 135. Der wär vielleicht noch was. Was? Wo? Der hier hinter mir? Ja. Der Rot-Türkise? Ja. Ja, warum holst du denn den Zähmen hier? Das ist deine Sorge. Das hat ja nicht... Ich sag ja immer nur, will ich haben. Da jetzt sitzt er zum Beispiel. Ja, das ist ja nett, dass er sitzt. Das ist gut. Ich kann ihn ja mal anballern. Mal gucken, was passiert. Keine Ahnung. Jetzt ist er sauer. Ja, ja. Ich versuche ihn auch sauer zu halten. Naja. Du saurer Vogel. Das bist ja du. Ich hätte jetzt fast dich angeschossen. Ah, ich seh dich. Ich seh dich. Das leuchtend rosa-rote bin ich ja. Ich muss halt irgendwie... Wo ist er denn? Hinter dir? Ja, kannst du den mal halten dort? Ja. Also, muss ich aufpassen, wenn er... ...zur Flucht ansetzt. Ja, komm mal ein bisschen zu mir. Ich gehe leider vor lauter Bäumenisch. Ich gehe den Wald vor lauter Bäumenisch. Oh, jetzt warte ab. Einer geht noch. Ja, er ist gefallen. Du hast alles dabei. Ich habe alles dabei. Jetzt muss ich bloß erst mal wissen, was der eigentlich braucht. Boah, ich muss hier mal eben was töten. So, Agi. Agent-A-Wi-S. 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 Das ist ein grüner Drop, aber das ist ja nur Ström. Rosanes Kippel. Rosa wie die Mädchen. Habe ich denn eigentlich noch Kaffee, Leute? Ich habe... Oh, einen Schluck habe ich noch. Und es verzeiht mir, dass ich eine FC Bayern-Tasse habe. Die muss ich mir kaufen. Wir waren mal in der Arena hier in München. Das stimmt. Haben uns die mal angeguckt und da habe ich gedacht, irgendwas muss sie kaufen. Weißt du denn... Das muss man immer als Andenken muss man immer irgendwas mitnehmen. Aber da wird der Kaffee schneller kalt in der Tasse. Das ist echt. So, wir zähmen noch ein bisschen. Ja. Würde ich sagen, holen wir euch dazu. Aber jetzt nicht gerade, dass er doch braun ist. Also so schön ist er eigentlich auch nicht. Okay. Aber ich sehe da unten einen Wolf, einen roten. Was machst du da? Das hat sich Aura angehört? Das war Aura. Das hat sich nicht nur so angehört. Level 81 in rot, schwarzer. Level 81. Naja, wir werden sowieso noch Wölfe brauchen. Also auch Wölfe eignen sich übrigens super für die Hüllen. Ja, das stimmt. Jetzt komme ich wahrscheinlich dann nicht wieder hoch, oder? Doch. Ich habe gute Schuhe an heute. Okay, Leute, wir holen euch dazu. Hast du ja heute die mit Profil angezogen, ja? Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Sieht man ja. Okay, Leute, wir holen euch gleich wieder dazu. So, ihr Lieben, da ist er. Da ist er. Jetzt weiß ich aber auch nicht so genau. Eigentlich ist er dunkelrot, oder? Also ich erkenne es jetzt nicht so richtig. Ist es braun oder ist es dunkelrot? So weinrot, oder? Ja, ne? Leute, schreibt es mal in die Kommentare, was es für ein rot ist. Ne, ob das rot oder rotbraun. Vielleicht ist es auch so ziegelbraun. Ich weiß es nicht so genau. Ist du ein Ziegeladler? Und aber grünes Köpfchen, ne? Grünes Köpfchen, ja. Einsaugen. Weg damit. Weg damit. Blup. Sehr gut. Dann haben wir noch zwei offene Kapseln. Also zwei Kapseln könnten wir eventuell, wenn es denn wirklich sein muss, befügen. Wenn es denn sein muss. Es muss bestimmt sein. Klar. So, ich hatte unten so einen Wolf gesehen. Ach, da unten. Ne, der ist nicht schön. Okay. Der war nicht schön. Aber die Gegend ist ja schön hier, hä? Ja. Ja, hast du echt den nötigen Weitblick? So, Perlen hatte ich ja auch gefunden. Genau, ein paar. Ein bisschen Öl habe ich auch schon gefunden. Das ist auch ein Wolfi. Also haben wir ja quasi schon den Auftrag des Tages eigentlich erfüllt. Was ist da unten los? Der knurrt mich da an. Boah. Oh, was? Wie? Ach, da hat mich so ein Wolf angeknurrt. Weißt du? Spinnt der? Ja. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Aber das haben sie schon schön gemacht, gell? Mit diesen Schneeböen immer und so. Also muss ich echt sagen, es ist echt toll, hier durchzufliegen. Ja. Das ist wirklich so. Wo hast denn du den Weihnachtshelfer gesehen? War der hier im Schneegebiet? Ja, ja. Ich will auch Weihnachtshelfer töten. Aber wir machen trotzdem. Ich würde gerne mal mit den Katzen in Redwood gehen. Ehrlich gesagt. Ja. Das könnte man machen in der nächsten Phase. Also wir müssen die ja sowieso auch noch leveln. Das nützt ja nichts. Ja. Stimmt. Da war auch noch einiges zu tun. Die wollten wir auch leveln, ja. Hier gibt es immer so viel zu entdecken, Leute. Hier weiß man gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Ja. Ja, ja, genau. Das ist echt ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ankylosaurus in Rot. In Weihnachtsrot. Nein, Anky brauchen wir ja eigentlich auch noch. Ja, normal für Feuerstein holen und Metall holen und all so Krimse, Kramse. Was ist denn da für ein Level, mein Freund? 54er. Der ist zu klein. Ich habe noch ein Baby. Ein Baby. Die haben so richtig leuchtende Stoßzähne, die Mammutzen. Wieso haben die so leuchtende Stoßzähne? Wisst ihr das, Leute? Die haben die Scheinwerfer an? Die haben die Scheinwerfer. Ist vielleicht auch so aus der Regenbogen-Mod? Nee, 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 nee. Was ist denn hier eigentlich los? Hier gibt es Perlen nochmal. Die Mammuts haben gerade irgendwas gekillt. Komm her, Perle. Du kleine, süße Perle. Du ein Mega. Bist du mega? Bist du friedlich, Mega? Mega sei friedlich. Also mich hat er nur ganz lieb angeschaut. Sieht aus wie große Ratten, oder? Mhm. Bist du eine große, fällige Ratte? Wenn du bunt wärst, hätte ich dich ja mitgenommen. Aber du bist nicht bunt. Nee. So. Ja, Rentier. Was? Wo? Ja, brauchen wir auch noch ein männliches, ne? So ein Hirschviech. Na, beide. Also wir machen ja immer Pärchen, ne? Haben wir ja gesagt. Also, aber. Die sind jetzt auch im Redwood ganz viele. Vielleicht finden wir da dann auch noch einen bunten. Ja. Hast du gerade Ärger gehabt, hm? Nö. Lass den nicht zu den Ärger. So, was haben wir denn hier noch Schönes rumrennen? Ganz viele Biertiere. Wozu sind denn die eigentlich gut? Sagt mal, Leute. Sind die für irgendwas sinnvoll? Ja, ja. Die sind ja zum Beispiel richtig lustig. Also die beschmeißen einen ja mit Dreck, ne? Ich glaube, das ist Kacke. Womit die einen beschmeißen. So wollte ich es jetzt nicht sagen. Ich hatte gedacht, ich sage es ein bisschen netter. Sag doch einfach so, wie es ist, weißt du. Also wir haben... Schau mal, hier ist ein grasgrüner Anki. Bist den du schon wieder? Da oben. Also grasgrüne Spitzen hat der zumindest. 297. Ja, mit 10 Box gern. Ohne 10 Box würde ich jetzt 100 Mal den reinballern. Das ist ja... Der sieht ja... Oh, der sieht ja aus wie Augenkrebs. Ich finde, der sieht lustig aus. Oh. Und der hätte halt auch ein Level, was dir halt noch... Na, das ist ja... Na ja, Weihnachtsfarbe. Ja, aber der... Wie wir den jetzt platt gekriegt haben, das dauert ja eine Woche. 297 ist schon... Das sind viele Pfeile. Also, merkt ihr was? Der andere, nee, ist zu klein, nehme ich nicht. Der hat jetzt ein gutes Level. Nee, der ist zu groß. Also, das ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder? Die nehmen wir mit. Sagst du einfach so in deinem Jugendlichen Leichtsinn? Ja. Naja, ich fliege halt nicht weiter. Achso, gleich. Na gut. Ich muss den aber mit dem hier betäuben. Kannst du mal aufs Level gucken? Ich kann sowas machen. Das wäre nett. Na, er bleibt auch noch stehen, weißt du? Jetzt macht das dir aber mal möglichst leicht, weißt du? Der ist eingenetzt. Der hat gar keine andere Wahl. Achso, der ist eingenetzt. Okay. Ja. Ja, wenn du so weitermachst. Jetzt bist du gleich bei der Hälfte. Jetzt bist du bei der Hälfte. Der ist gleich frei, ne? Ja. Dann. Ja, mit der Netgun ist schon geil, ne? Also, da kannst du wirklich... Du kannst ja da mal gucken, was der braucht, was der am liebsten frisst. Ja, was soll ich jetzt alles gucken? Alles. Alles. So, er schläft schon mal. Siehst du mal? Ja, siehst du. Jetzt kann ich erst gucken, was er braucht. Soll er gucken, wie sein Torpor ist, weißt du? Ja, der heißt Anomlusus. Anomlusus. Das ist Ankylosaurus, heißt er. Ja, genau. Aber hier steht Anomlulus. Dunkelblauskibbel, so, jetzt hast du es. Heißt du es dabei? Ja, natürlich. Aber dann los. Dann los hier. Wir haben alles Kibbel dabei. Ach, die leuchten alle, die Viecher. Die haben gar keine Scheibenwerfer. Habe ich übrigens blaues Kibbel extra noch gemacht, weil da hatte ich tatsächlich nur noch drei Stück. Aha. Und die habe ich, bevor wir losgeflogen sind, extra noch gemacht. Leuchten die bei dir auch? Nö, bei mir leuchtet nichts. Bei mir leuchten die alle. Aber da ist ein großer Vogel. Der sieht auch cool aus. Der ist doch rosa, oder? Ja, das ist so ein Möwenviech. Ja, aber ist der rosa? Warte. Achso, gut, jetzt sehe ich es natürlich nicht, ob der rosa ist. Da ist ein bisschen rosa drin, ja. Ich dachte, du schwingst dich mal auf deinen Viecher und fliegst mal hin. Ich könnte auch mit dir mit dem fernen Glas gucken. Komm mal rein, komm rein. Vielleicht will ich ihn hier haben? Nee, den willst du nicht haben. Nee? Nee. Warum nicht? Na. Da unten latscht drum. Da gibt es auch noch eine rosa Krähe. Ach nee, das ist kein richtiges Rosa. Das ist irgendein Mantsch. Ach nee, das ist nicht schön. Na, das ist nicht schön. Naja, ich stehe hier oben auf dem Felsen. Ich kann es nicht beurteilen. Ihr habt es gesehen. Genau. Schreibt in die Kommentare. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ihr könnt ja losschreiben wie die Wahnsinnigen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und die werden wir wahrscheinlich in der Nacht starten, wenn hier Satan Klaus kommt, ne? Der heißt nicht Satan Klaus, Mensch. Raptor Klaus. Santa. Santa. Ja, ja. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss. Tschüss.